Moin, grüßt euch und herzlich willkommen zu einer Map-Vorstellung, die ist heute gekommen, die MF-Map und ich schaue uns heute mal an. Zwei Zusatzfrüchte, Hartweizen und Roggen haben wir hier extra. 1459 Slots, so hier ist der Starthof. Warning, genau, Warning. Auch wieder recht große Karte. So. So, das sieht aus wie Kühe. So. 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 Okay. Ah, ich habe schon mal auf den Schrottplatz hier. Garage, Texturen, was haben wir hier drüben? Okay. Nicht viel. Wurzelfruchtverkauf, Saatguts-Silos, da waren wir nämlich gerade, Tankstelle, hier ist der Zug, Sägewerk, Geschäft, Bäckerei, Molkerei, Getreideverkaufsstelle, da ist der Shop, Getreidemühle, da ist der Starthof, Beinverkauf, Viehhändler, Biogasanlage, da gucken wir auch gleich noch mal hin. Hier bei den Küchen, ne? Ja, wir werden dann mal Geld aufnehmen. Gut, dann gehen wir gleich mal hin da nochmal. So, BGA. Aber kein Silo. Okay. Hm. Was haben wir denn hier? kommen wir nochmal. Ach, die Scharfe. Die Scharfe. 500 geht hier rein. Ui. 500 Zarpel. Nicht schlecht. Da waren wir schon. Was haben wir auch nochmal hier? Schweine. 150 Schweine. 100 Viehhändler, Starthof, Getreideverkaufsstelle, Sägewerk, Molkerei, Getreidemühle. Da haben wir noch was. Mal ein bisschen Bild holen. Okay, das ist ... Ach, das war die Schrotthänder, die wir angebracht haben. Genau. Den haben wir jetzt gekauft. Was können wir da machen? Ich bin nicht mehr fahrbereit. Okay. Sieh, du auffüllen. Ah. Oh. Nicht schlecht. Ich mach was ganz anderes. Dieses Silo ist leer. So, Kühe wollte ich mal gucken. Was geht da rein? Also Schafe waren 500, Schweine ... 150. 140. Hier hätte ich ein bisschen mehr gerechnet. Na gut. Ja. 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 Das Silo ist alles. Das war noch. Gut, da haben wir alles, da haben wir alles. Ja, wir haben eine große Wiese hier, was kosten die Felder, so 500.000, 600.000, ja. Bonus-Cash brauchen wir nicht. Ja, das war es auch schon, ist für alle Plattformen erhältlich, dann wünsche ich euch viel Spaß damit, vielen Dank fürs Zuschauen, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.